hallo und herzlich willkommen zurück bei yakuza 6 ich habe mich jetzt leicht beruhigt nach der letzten folge wo der somia sich ja selber getötet hat weil die anderen ihn dazu gezwungen haben beziehungsweise eigentlich wollten dass der kirio den somia tötet und wir sind uns dann hundertprozentig sicher scheinbar haben sie die kiyomi auch erschossen der somia hat am schluss noch in nagomo darum gebeten dass er sich bitte um die hiromi hitomi irgendwie wie gesagt ich bin beschissenen namen kümmert und der nagomo hat zugestimmt und jetzt haben sich alle aufgeteilt weil die jetzt dann nach denen kommen werden gegrino nachg林 ho ka no mo 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 wer ure ni何か話がある Ja. Wenn du dich übernehmen kannst, jemanden zu schütteln. Ich habe auch das Gefühl, dein Ami. Ja. Aber nur ich und ich, mein Ami, sind es gut. Ich habe auch die Archer und der Anerkennung, das zu tun. Ich habe auch das Gefühl. Aber wenn du mit dir sterben kannst, Ich glaube, wir werden mit uns zusammen sein. Mein Freund. Das ist das erste Mal von A-News. Das war's für heute. Okay, Anzetihaven 4, the final night in Kameruchu, whenever I head I need to be ready. Have you heard a rumor has been spreading that you can take pictures of ghosts in Kameruchu? Response Saison, ah, lag mich. Also gut, wir gehen jetzt noch einmal zurück zu... Scheiße, wie hat das geheißen? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Leck mich, verpisst euch. Nein. Donkey Shot, glaube ich, hat es geheißen, ne? Wir füllen jetzt noch unsere... Ach, der hat bloß das, ne? Fuck. Danke. Ja, okay. Vom anderen haben wir ja noch 4. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und gehen aufs Final... Aufs Finale geht es zu. Wahrscheinlich vielleicht... Alter, wie es hier einfach den... ...Qualm rausdampft, ey. Das kannst du doch nicht machen. Kann ich da eigentlich rein? Ne. Also gut. Dann gehen wir jetzt zum Nagumo. Und dann... Geht's Richtung Ende... ...von Yakuza 6. Warum hat der jetzt so komisch geschaut? Nagumo, lass es uns angehen. Ja. Ich bin jetzt ready, grounded in Gamurru. Lass es uns angehen. Ja. Ich komme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020